So, schönen guten Morgen zum Start in eine neue Handelswoche. Sie verspricht mit Rekorden zu Beginn, zumindest dann im DAX. Schneereich war das Wochenende außerdem. So, und wir schauen jetzt mal nach Frankfurt. Ja, da ist meine Kollegin Viola Grebe. Ja, einen schönen guten Morgen. Du hast es also rechtzeitig an die Börse geschafft, um vermutlich dann einen DAX auf Rekordhoch in den Handel zu begleiten. Da lohnt es sich doch mal, sich durchs Schnee-Chaos zu kämpfen. Aber unter uns, so groß war das Chaos in Frankfurt tatsächlich nicht. Da ist es bei euch vermutlich ein bisschen heftiger in Franken. Aber immerhin, du bist auch zur Arbeit gekommen. Aber tatsächlich, da lohnt es sich wirklich, wenn der DAX, der hat ja so ein bisschen gezögert vor seinem Rekordhoch letzte Woche. Aber es sieht eben danach aus, als würden wir direkt zum Start ein neues Rekordhoch markieren. Denn an der Wall Street, da hatten wir eine satte Gewinnwoche. Auch der DAX hat, obwohl er dann am Freitag ein bisschen geschwächelt hat, trotzdem auf Wochensicht 4,6 Prozent zugelegt. Und ja gut, die US-Jobdaten, die sind ein bisschen enttäuschend ausgefallen. Das hat dann also nicht zusätzliche Kaufimpulse noch hier geschürt. Aber so richtig enttäuschend war es auch nicht. Man setzt weiterhin auf spendable Notenbanken, handlungsbereite Regierungen und hofft auf eine Konjunkturerholung von den Corona-Einbrüchen. Und das ist nach wie vor am Markt, so der vorherrschende Optimismus. Da schauen wir dann in dieser Woche natürlich sehr gespannt auf den Mittwoch, wenn sich Bundeskanzlerin Angela Merkel mit den Ministerpräsidenten trifft und berät, wie es dann eben hier jetzt weitergeht mit den Lockdown-Maßnahmen, ob da mal was gelockert wird oder nicht. Da schauen wir genau hin. Ansonsten Berichtssaison wird unter anderem in dieser Woche die deutsche Börse vorlegen, um jetzt mal nur auf die DAX-Konzerne so ein bisschen zu schielen. Also es ist durchaus was los. Und für den Staat sieht es nicht schlecht aus nach einem ordentlichen Plus, da auch zum Beispiel die asiatischen Vorgaben ziemlich grün eingefärbt waren. Na dann freuen wir uns auf das, was jetzt kommen mag. Dir auf jeden Fall einen schönen Tag in Frankfurt. Und Entschuldigung, wir schauen uns ganz kurz an, was die Amerikaner gemacht haben. Also S&P 500 auf Rekordhoch. Weshalb? Janet Yellen, die frühere Notenbankchefin, fordert ein großes Konjunkturpaket und glaubt, dass wenn dieses Konjunkturpaket jetzt kommt, dieses Hilfspaket jetzt kommt und wenn man weiter da am Ball bleibt und die Regierung und die Notenbank spendabel, dass man dann auch tatsächlich wieder Vollbeschäftigung nach der Pandemie erreichen kann. Also insgesamt, das sind so ein bisschen die frischen Impulse. Hinzu kommen natürlich jede Menge gute Quartalszahlen. Jetzt haben wir hier auch noch Asien ebenfalls. Alles grün, die Anleger glänzend aufgelegt. Keiner schaut mehr auf das Hier und Jetzt. Alle schauen, was passieren könnte, wenn die Pandemie dann mal hinter uns liegt. Schauen wir mal, was der Bitcoin macht. Und er läuft einfach nur weiter in Richtung des alten Hochs. Haben wir in der vergangenen Woche mehrfach dabei gehabt. Wir haben diesen starken Anstieg, Konsolidierung und jetzt Ausbruch aus dieser Konsolidierungsformation Richtung, naja, was werden es gewesen sein. 41.000 und ein paar drüber. S&P 500, genau, sehen Sie. Im Candlestick, Jahresstart und da oben ist der kleine Schnupsel, der tatsächlich das Rekord hoch markiert. Und wenn wir überlegen, von wo wir kommen, ja, dann muss man sagen, haben sich die Anleger recht schnell gefasst nach der Pandemie. Na klar, es ging vorher stark runter und das Ganze war tatsächlich hier schon, naja, wo wird es gewesen sein? Irgendwo in dem Bereich war dann auch schon wieder das Thema Pandemie durch und der Blick wurde nach vorne gerichtet, weil wir nun mal an der Börse Berufsoptimisten sind und das so machen. Nestec 100 ebenfalls selbe Spiel, das Ganze auch noch angefeuert von den hervorragenden Quartalszahlen der großen Tech-Unternehmen. Auch darüber hatten wir ja eingehend berichtet, sowohl hier als auch auf unserer Online-Seite und Alphabet einer der stärksten Werte. Die haben natürlich auch wirklich ihre Ergebnisse auf einem Niveau letztendlich gemeldet. Da waren sämtliche Analystenschätzungen, waren Makulatur und die Idee ist dann natürlich, Mensch, bei Alphabet erstmal, es läuft, das Kerngeschäft mit Online-Werbung läuft, YouTube läuft, aber auch die ganzen Nebenwetten, die Nebenkriegsschauplätze laufen ebenfalls bei denen gut, beispielsweise ja Waymo. Dann haben wir Activision Blizzard. Am Freitag ging es da um 10% nach oben. Die Aktie übrigens auf Rekordhoch, so hoch war die wirklich noch nie bewertet. Ich glaube, Market Cap mittlerweile 75, 76 Milliarden Dollar, was war passiert. Das Unternehmen hatte Quartalszahlen bald über den Erwartungen gemeldet und einen Gewinn über den Erwartungen und hatte das Ganze auch noch garniert mit einem positiven Ausblick für das erste Quartal. Activision Blizzard unter anderem der Konzern hinter Call of Duty, aber auch World of Warcraft, Diablo, das sind so die Franchises, die bekannt sein sollten. Baidu, chinesische Aktien momentan deutlicher wieder in der Aufwärtsbewegung. Auch hier relativ einfacher Zusammenhang. Wir haben einen Joe Biden als US-Präsident, der natürlich an den Sanktionen gegen China festhält, aber der Ton ist gemäßigter geworden. Und ich glaube, das ist auch einer der Gründe, weshalb es mit den Aktien jetzt nach oben geht, dass hier ganz einfach die Überzeugung langsam Fuß greift, dass die Beziehungen sich insgesamt wieder normalisieren werden. Und man ganz einfach China als das sieht, was es ist. Nämlich ein großer Wettbewerber, knallharte Konkurrenz, aber da muss man trotzdem nicht die Keule holen. Also beim DAX, dahin können wir überspringen. Da gehen wir jetzt einfach von einem neuen Rekord hoch aus. Bei Semiconductor könnte es zu einer Übernahme kommen. Rensas soll Interesse haben, ein asiatischer Technologiekonzern. 20 Prozent soll hier das Aufgeld betragen, also die Prämie betragen. Das klingt für die Anleger ganz nett. Shop-Apotheke, ja. Gut. Ich meine, muss man momentan nicht sehr viel dazu sagen. Auf fünf Tagen gesehen 21 Prozent. Und Sie sehen das hier. Das sind wirklich, es sind vier schöne lange grüne Kerzen, die wir da sehen und mit dem wir letztendlich dann charttechnisch an diesen Ausbruch angeknüpft haben. Das war die erste Welle. Dann gab es auch hier einen kurzen Rücksetzer und dann ging es schön nach oben. Weshalb? Super Zahlen. Es läuft einfach auch gut für das erste Quartal, die Aussichten gut und man geht einfach davon aus, dass natürlich Shop-Apotheke einer der großen Profiteure der Pandemie ist. Da muss man nicht mehr so viel dazu sagen. Bei Daimler sieht die Sache natürlich schon ein bisschen anders aus. Die Aktie ordentlich angesprungen, nachdem die Konzern-Umbaupläne bekannt geworden waren und man darf auch nicht vergessen, hohe Nachfrage weiterhin aus China. Er lebt den kompletten Outdoor-Sektor. Tja, und deshalb hier der Ausbruch über diese 58, 59 Euro-Marke bei Bayer. Mögliche Einigung im Glyphosat-Streit, muss man so sehen. Das war einer, das war, nein, es war nicht einer. Es war der Bremsklotz in den vergangenen Monaten. Und das ist heute den Kurs belastet und jetzt werden langsam, ja, lichten sich ganz einfach die Wolken und deshalb die Aktie geht sie auch hier nach oben. Vor einigen Wochen hat der Konzern mitgeteilt, wie man sich die Zukunft vorstellt, wie die Pipeline ausgebaut werden soll. Die Produktpipeline im Pharma-Sektor war auch schon gut angekommen und jetzt, wie gesagt, auch noch die Glyphosat-Geschichte. Und deshalb geht es mit der Aktie kräftig hoch. So, sieht eigentlich schick aus für den Tag. Wir sehen uns wieder nachmittags dann um 14.40 Uhr mit der US-Forbourse. Bis dahin, gute Zeit, gute Kurse. Tschüss.